willkommen im europapark stadion liebe zuschauer ich begrüße sie bei gutem fußballwetter ganz herzlich zu diesem spiel wolf fuß und frank buschmann begleiten sich am mikrofon durch dieses spiel uns erwartet mit sicherheit eine sehr interessante partie st freiburg gegen feiernort rotterdam das ist ein spiel das die fans regelmäßig elektrisiert dass sie begeistert und auch für mich eine sehr sehr interessante partie schauen wir kurz auf die aufstellung des sc freiburg matthias kinder spielt mit manuel gulde in der verteidigung nicolas höfler steht mit maximilian eggestein im zentrum und im sturm soll es heute michael gregoritsch richten vincenzo griffo dass sie mitspieler frei könnte die führung werden kein tor der torhüter ist da ecke kommt rein und diesen ball hat er sicher klasse vom torwart wer sind heute die wichtigsten spieler dieser begegnung viele tippen insbesondere auf vincenzo griffo er ist die erste adresse wenn es um ruhende bälle geht extrem stark bei freistoßen tolle parade und das aus kürzester distanz bei dem muss ja erstmal halten das muss überhaupt erstmal rankommen diese reflexe sind unfassbar die ecke kommt rein die kann natürlich ganz locker halten da war bei weitem nicht genug druck hinter diesem ball da suchen sie jetzt die lücke er geht dazwischen ecke zieht nach innen wie fahrer erwartet einen moment ball ist drin damit haben wir hier also tor 1 in diesem spiel wir sehen die und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen super gemacht gute verteidigung jetzt wollen sie die abwehr irgendwie aushebeln höfler das ist vincenzo griffo gute aktion vom torhüter die fans hoffen bei der ecke jetzt auf den ausgleich zieht den ball zurück klasse anspiel die rufe der fans schießt 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 sieht nach der guten chance aus gut geklärt das war wichtig jetzt könnte den ball abspielen da ist alleine durch ball ist erstmal raus super parade vielleicht der ausgleich bei der ecke jetzt die ecke da konnten sie nichts draus machen pausenpfiff das war's in dieser ersten spielhälfte hier im europapark stadion buschi vor der pause war das guter auftritt oder ganz wichtig war natürlich sein führungstreffer jetzt haben sie alle trümpfe in der hand es kann weitergehen anpfiff zur zweiten hälfte vincenzo griffo er kann diese situation so gerade noch entschärfen da ist er einen tick früher zur stelle hat das war knapp der angriff der ball läuft gut durchaus eine szene die für gefahr sorgen könnte das gibt jetzt abstoß wir sehen den wechsel gulde 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 halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei gregoritsch höfler holand salai gut dazwischen gegangen das wäre die chance für den konter zug in die mitte gute chance ganz stark griffo super pass es ist abseits es wird gewechselt warte nukop langsam wird es gefährlich schönes dribbling der ball auf den langen pfosten jetzt der ist drehen und damit gehen sie hier kurz vor schluss mit zwei toren in führung noch mal das 2 0 steht sie hier sie machen einen guten eindruck holand salai hinter der wert gut gekommen aber der spieler block den ball ab die gäste führen ja klar wir sind mittendrin der schlussphase sie sind überlegen zwei tore führung sie machen das immer wieder clever sind sehr stark ich glaube die holen sich die schluss jetzt müssen wir genau hinschauen und damit war es das für heute schluss pfiff die gastgeber haben also verloren bittere zwei tore niederlage also das ergebnis spricht für sich das kann man nicht schönreden und aus dieser partie müssen sie lernen wir schauen in die gesichter ja das ist enttäuschung pur aber heute haben sie nie wirklich ins spiel gefunden heute waren sie schwach das muss ich so hart sagen ein gutes spiel von ihm heute kann man nicht anders sagen das war eine starke leistung heute tor gemacht was will man mehr hat sich den jubel wirklich verdient kaps länder kaps kr kr kr